Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oder weiteren oder was auch immer Folge von King of Retail. Ich würde sagen direkt in den Tag starten. Ja ich bin wieder im Minus, aber das ist mir egal, denn ich werde gleich relativ viel Geld kriegen. Ich habe heute ein paar Sachen gekauft. Wo willst du abliefern? Hier? So, wir können die Nachfülle mal ein bisschen was machen. Heute sind ja ein paar, fast alle sind da. Außer Simon, ey. Mit dem überkrassen Gehalt. Was war denn hier dran? Die Teile. Ich weiß das schon gar nicht mehr, seht ihr? Also. Ich weiß nicht, wo du heute an der Kasse machen. Die PC, der will nicht weggehen, ne? 5, 13 Sekunden. Au. Drell, bitte. Mach das gut. Sonst stelle ich mich da gleich wieder. Okay. Excuse me. Drell, bitte. Oh nicht, das ist etwas. Nur weil das G análischt hat. Deinle燈 Ja, das sieht für mich verschweigend aus, glauben sie mir. Der ist auch vielversprechend. Der hat so eine hohe Qualität. Oh Gott. Die Produktbegeisterung ist voll und er sollte es kaufen. Ja! Oh, er holt noch mehr. Oder auch nicht. Da ist der teure. Da ist der große Fisch. Ja, 7500. Ach du Scheiße. Claudia macht Pause. Jetzt ist Zauber. Da haben wir schon alles gekauft, die Leute hier. Hi. 13 Sekunden. Irgendwie mache ich ein bisschen Minus, habe ich das Gefühl. Thank you. Hi. 13 Sekunden. Also, wenn das so weiter geht. Gestohlen. Ich habe zwei Sicherheitsleute. Ich habe zwei Sicherheitsleute. Leute. Kauft doch was. Bitte kauft was. Danke. Noch eine Stunde bis Ladenschuss. Ungefähr. Da kommen 4000. Ich glaube ich habe hier nichts mehr im Laden. Ja, kaum noch was. Das wird nichts. 20.000. Vielleicht höchstens der Atom 20.000. Ja, wow. Das wird überhaupt nicht gut. Nein, das ist nicht gut. So, Leute. Und. Ich habe kein Geld. Kredite minus 7400. Alter. Ist. Sehr viel. Okay. So, entweder Gehaltszahlen oder jemand ist krank. Ja, fühlt sich krank. Guckt euch mal das an. Fühlt sich krank. Nur krank sind die Leute hier. Bestellung. Gespeichert hinzufügen. Denn. So kriege ich wenigstens ein paar Waren. Ich werde jetzt mein ganzes Geld für diese. Dauerndlich was weg. Getränke brauchen wir auch einmal nicht. Bestellt das. Und dann. Nämlich noch welche von diesem. Den Computern hier. Ja. Welche ist gut. Ich kann nicht mal einen holen. Ne. Mehr Lebensmittel. E. Und dann können wir auch noch wechseln. Und das sind was zuerst. Folge von King of Retail. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und genauso hoffe ich, dass wir nicht pleite gehen. Macht's gut, bis dann und ciao.